Musik Und? Ja, ja. Kannst du den gucken? Ja. Aber nichts passiert, ne? Ja, schön. Das sieht immer nicht aus. Das ist ein Fahrzeug. Also unser derzeitiger Kenntnisstand ist folgender, dass ein Fahrzeug ist. Eine Luxair-Maschine, die unterwegs war nach Luxemburg, unmittelbar nach dem Startvorgang diesen wegen Rauchentwicklung abbrechen musste. Deshalb eine Notlandung dorthin legte. Es wurden 16 Passagiere evakuiert. Vier Besatzungsmitglieder, das gleiche. Verletzt wurde keiner. Wie ist das jetzt? Na gut, jetzt werden Untersuchungen des Luftfahrtbundesamts stattfinden, was die Unfallursache ist. Das ist aber dann außerhalb unserer Zuständigkeitsbereich. Das macht Reiners Luftfahrtbundesamt. Die werden jetzt feststellen müssen, was die Ursache des Unfalls war. Wir haben eine Durchsage an die Abfahrt der Airbus-Maschine AB 399. Die Maschine ist nach Freitur Baden-Erfurt. Und die Passagiere werden per Bus wegen 12.30 Baden-Erfurt zurückgebracht. Ein bisschen nervig. Also wir sitzen halt jetzt hier. Unser Flug wäre eigentlich im Ävro 55 gegangen. Aber ja. Ärgerlich? Klar. Ja. Aber die gute Nachricht ist ja, dass niemandem was passiert ist. Das ist ja das Wichtigste. Und jetzt müssen wir halt abwarten. Ich finde das gar nicht als tragisch. Ich bin nur froh, dass andere Maschinen gut geflogen sind und dass nichts passiert ist. Ich bin einfach nur glücklich und hoffe, dass wir halt weiterkommen. Und jetzt das Warten, das macht nicht mehr zu zweit? Nein, nein. Weil ich weiß ja, warum ich warte. Und da nichts passiert ist und zur Ultrasicherheit warten wir jetzt hier. Dankeschön. Bitte. Danke. 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 Danke.